Was ist hohe Myopi? Myopi, auch Kurzsichtigkeit genannt, ist ein Augenzustand, bei dem Menschen Schwierigkeiten haben, weit entfernte Objekte zu sehen, aber Objekte, die sich in unmittelbarer Nähe befinden, deutlich sehen können. Menschen mit hoher Kurzsichtigkeit haben ein hohes Maß an Kurzsichtigkeit und benötigen Objekte, die sehr nahe sind, um sie klar zu sehen. Myopi wird normalerweise mit Brille, Kontaktlinsen oder Operationen korrigiert. Bei kurzsichtigen Individuen ist der Augapfel zu lang oder die Hornhaut ist zu stark gekrümmt. Dies bedeutet, dass die Lichtstrahlen beim Eintreten in das Auge nicht richtig gebogen werden, was als Brechungsfehler bezeichnet wird. Das kurzsichtige Auge kann nicht scharf genug fokussieren, um entfernte Objekte klar sehen zu können. Eine hohe Myopi kann in einer Augenarztpraxis leicht von einem Augenarzt oder Augenoptiker diagnostiziert werden. Sehstörungen werden an Dioptrien gemessen, wobei positive Zahlen auf Weitsichtigkeit oder Schwierigkeiten bei der Nähe und Negative auf Myopi hindeuten. Höhere Zahlen, entweder positiv oder negativ, deuten auf einen größeren Mangel hin. Menschen mit hoher Kurzsichtigkeit haben Vorschriften über –6,0 oder –8,0 Dioptrien. Verschreibungen können bis –35,0 erreichen, was auf ein sehr hohes Maß an Kurzsichtigkeit schließen lässt. Myopi neigt dazu, in Familien zu leben und entwickelt sich oft in der Kindheit. Manchmal degeneriert es oder wird mit zunehmendem Alter immer schlimmer, und oft schwindet es, nachdem eine Person das Wachstum beendet hat. Hohe Myopi degeneriert besonders oft oder führt zu Augenschäden, die in seltenen Fällen zu Sehverlust führen können. Dies kann vorkommen, weil die Verlängerung des Augapfels die Netzhaut belastet, wodurch sie sich löst oder beschädigt wird. Hohe Myopi kann auch mit Katarakten und Glaukom einhergehen. Menschen mit hoher Myopi sollten regelmäßige Augenuntersuchungen durchführen und einen Augenarzt über jede Veränderung ihres Sehvermögens oder ihrer Augen informieren. Es gibt einige verschiedene Behandlungen für hohe Myopi. In der Regel werden Kontaktlinsen eingesetzt. Brillen für hohe Verordnungen müssen sehr spezifisch und sorgfältig entworfen werden, damit sie genau den Augen einer Einzelperson entsprechen. Die Linsen für die Brille müssen auch ziemlich dick sein, obwohl Fortschritte in der Linsenherstellung dies stark reduziert haben. Kontaktlinsen für hohe Verschreibungen reduzieren die Sehfehler, die eine Brille mit derselben Verschreibung verursachen kann, zb, dass alles kleiner aussieht als es wirklich ist. Eine Operation ist auch eine Option für Menschen mit dieser Augenerkrankung. Am gebräuchlichsten ist die laserunterstützte in situ keratomyleuses Augenchirurgie, bei der ein Laser einen Lappen in der Hornhaut schneidet und etwas Hornhautgewebe entfernt, damit sich das Licht beim Eintritt in das Auge korrekt biegt. Eine weitere Option sind Hornhautringe, bei denen Kunststoffringe in das Auge implantiert werden, um dessen Form zu ändern. Die Kunststoffringe können bei Bedarf entfernt oder geändert werden, wenn sich das Rezept einer Person ändert. Wie bei jeder Operation sind diese Verfahren mit Risiken verbunden und nicht für alle Patienten geeignet.